Herzlich willkommen zu den SHK TV Nachrichten. 30% Zuschuss für Heizungsoptimierung, Zukunft Erdgasförderprogramm für Erdgasbrennstoffzellen, Hansgrohe SE wird 115 Jahre alt, Wolf internationales Wachstum, Weiland neuer Direktor Strategie und Rot Spatenstich für Werkserweiterung. Das Bundeswirtschaftsministerium bezuschusst mit einem neuen Förderprogramm den Einbau effizienter Pumpen und die Optimierung der Heizungsanlage. 30% der Ausgaben werden dem Hausbesitzer erstattet. Das neue Förderprogramm liefert nun wichtige Anreize zur Erhöhung der Sanierungsquote. Mit bis zu 30% bezuschusst der Staat den Austausch von mindestens zwei Jahre alten Heizungspumpen durch Hocheffizienzpumpen. Auch bei der Optimierung der Heizungsanlage durch den hydraulischen Abgleich und beim Austausch veralteter Regelungstechnik, also zum Beispiel der Thermostatventile, winkt dem Hausbesitzer eine Kostenerstattung von 30%. Energiesparende Technologien wie moderne Pufferspeicher oder Strangventile sowie intelligente Regelungen und die optimale Einstellung des Heizkessels werden zu gleichen Bedingungen gefördert. Über ein weiteres Förderprogramm kann sich der Heizungsbauer freuen. Ab sofort werden Brennstoffzellenheizgeräte durch ein umfangreiches Förderprogramm staatlich bezuschusst. Ziel ist es, die marktreife Brennstoffzellentechnologie zu konkurrenzfähigen Preisen auf dem Markt zu etablieren. Die Förderzuschüsse für Anlagen im Leistungsbereich von 0,25 bis 5,0 kW elektrisch setzen sich aus einem Festbetrag in Höhe von 5.700 Euro sowie einem leistungsabhängigen Betrag zusammen. So könnte beispielsweise der Einbau einer Brennstoffzelle in einem Einfamilienhaus mit 10.200 Euro bezuschusst werden. Das Programm ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt und tritt ab sofort in Kraft. Als Hans Grohe im Juni 1901 im Schwarzwaldstädtchen Schiltach eine Metalldrückerei gründete, wird er kaum geahnt haben, dass aus dem damaligen Drei-Mann-Betrieb heute mit mehr als 3.800 Beschäftigten in 34 Gesellschaften und 21 Verkaufsbüros eines der erfolgreichsten Unternehmen der internationalen Sanitärindustrie wurde. 115 Jahre Pioniergeist, engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie innovativste Produkte haben Hans Grohe stark gemacht, erklärte der Vorsitzende des Vorstands Torsten Klapproth aus Anlass des 115. Gründungsjubiläums. Das Unternehmen, dessen Umsatz 2015 um 10 Prozent auf 964 Millionen Euro geklettert war, peilt daher neue Höchstwerte bei Umsatz und Ertrag an. Wir haben die Umsatzmilliarde fest im Blick, betont Torsten Klapproth. Der Heizungs- und Klimagerätehersteller Wolf setzt auf internationales Wachstum und will seine Kunden noch stärker in den Fokus der strategischen Aktivitäten rücken. Dies spiegelt sich zukünftig auch in der Zusammensetzung der Geschäftsführung wider. Dr. Thomas Kneipp, Vorstand des Mutterkonzerns Centrotec, hat dabei auch den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen und wird dort neben dem Bereich Finanzen und Administration insbesondere die Umsetzung der Internationalisierung vorantreiben. Rudolf Meindl, der bisherige kaufmännische Geschäftsführer, steht dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite. Die Weiland Group setzt die Position des Direktors Strategie neu. Mit Dr. Sebastian Tschentscher konnte das Familienunternehmen einen ausgewiesenen Strategieexperten im Bereich Energiewirtschaft gewinnen. Von 2004 bis 2012 war er in der leitenden Position unter anderem für die Bereiche Regulierung, Führungskräftekommunikation und Unternehmensentwicklung in verschiedenen Unternehmensbereichen des Energieversorgers E.ON zuständig. Zuletzt hat er als Leiter Unternehmensentwicklung die Ausarbeitung der Strategie, das Produktmanagement und strategische Kooperation des deutschen Ökostrommarktführers Lichtblick verantwortet. Am Standort Watertown im Staat New York erweitert Road Industries seine Kapazitäten mit einer neuen Großblasanlage sowie einer rund 2500 Quadratmeter großen Werkserweiterung mit moderner Infrastruktur. Road USA ist auf Expansionskurs und baut aufgrund steigender Nachfrage seine Großblasfertigungen umfassend aus. Weltweit verfügt Road damit über fünf Produktionsstandorte, an denen Kunststoffprodukte im Blasformverfahren entstehen. In Watertown fertigt Road Industries unter anderem im Blasformverfahren Doppelwandtanks für den privaten und gewerblichen Einsatz. Das waren die SHK TV Nachrichten in dieser Woche. Schalten Sie auch nächste Woche zu unseren Sendungen ein und bis dahin machen Sie es gut.